Was kommt denn jetzt von Modus Geisel? Naja, bereich sichern. Und damit hallo da seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Um Schlafzimmer, das heißt auch Geduldsraum. Okay, lass mich raten, du hast jetzt persönliche Herausforderung, das mit dem Gris-Mod auslösen, gell? Ja. Der Witschler hat als Herausforderung Kapuzenmann spielen, oder sein. Drei von fünf habe ich schon. Der Bandit hat ja wieder ein sehr interessantes Waffen-Design. Kannst du mir da nicht sehen, ach nekomio. Drück doch mal eine Taste. Und so unten drauf drücken. Geht nett. Achso, da! Da unten, unten links. Ja, ich hab's verstanden. Team-Ausrüstung und Details-Anzeigen. Ah! Ich hab's gesehen! Mann! Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Magazin bestellen! Das Gerät ist vorbereitet. Die Drohne der Gegner hat die Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Das Gerät ist aktiviert. Zehn Sekunden. Platziere mein böses Auge! Noch Grusel-Eller. Noch fünf Sekunden. Schmeiße die Niederkladung. Was ist denn? Ich hab's gesehen. Ich hab' eine Gefahrgutbehälter um jeden Teil! Ich hab' einen bereit. Setze Mine rein. Hm. Eine Außenkamera ist kaputsch. Schockdrohne habe ich einmal jetzt ist es kaputt was wie lange dauert das denn noch ich habe den am fenster echt bekommen schakal verfolgt mich fenstergymnastik ist wer ja außer unter beschuss auf der treppe wie ortwitsch krieg keinen schaden vor dach sind zwar zwei vor dach ja schon längst weg war ob es auf das schon wieder das acock beim alle vergessen wozu dann dieses update von 400 mb ist ja wohl ein witz da gab es noch jetzt jahren für dich das ist etwas aus kargummi finde ich damit aber es gibt keine acock mehr fürs alder aber doch solange wird Ubisoft genervt machst du eh nix die bannen dich nachher bloß ne 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 ich schicke den ich schicke den mal die videos per post wir essen das baguette wir müssen den biogefahrgut behälter schützen machst du die luke zu mach die luke zu ich wurde entdeckt beim fast luke zu machen und bezug die wand wurde versterkt böses auge platziert die gegner haben den biogefahrgut behälter vokalisiert shotgun und drohnen anhand nur noch zehn sekunden noch fünf sekunden wand gesichert die gegner haben den biogefahrgut behälter lokalisiert ein gas präpariert nicht in den explosion radio jetzt war der wand anders cool splittergranaten heinz haben sie oder ne heinz sind mit dieser müll da im gang da ist müll im gang schakal haben sie in der küche ist schakal der ist böse hallo schakal ist blöd in der küche hockt ja immer noch da ich mach mal ein kopfhörer noch da ja ist klar mhm im dreck tunnel hat die kurzmals ausgelöst ich hasse diese scheiß mechanik bei der arsch ey nomad im dreck ja nomad hallo und thermit thermit war mal schakal ist nicht mehr in der küche vierte mal thermit mit der shotgun doch der ist noch in der küche jetzt hat das böse auge schakal küche küche und da kommt ein dreck tunnel ich weiß nicht ich weiß nicht ne kapkan schießt auf die küche ich nehm das mit dem dreck tunnel zurück nach 25 25 15 sekunden noch zeit läuft in zehn sekunden ab fünf sekunden noch der hat sich versteckt er hat keinen bock mehr gehabt der ganze frost spielen der herausforderung spiel aber grad thermit spiel doch mal frost geht grad nicht spiel doch mal jetzt frost da müsst ihr ja die seiten wechseln muss ja nichts da schmeiß ich den schakal spieler rein blöde arsch hat's böse auge gesplittert nicht garage Er hat geschossen, Clash haben wir. Karabschau. Clash. Clash. Ja, und? Ex-Nachstidig. Zum Geburtstag. Mein Geburtstag ist doch schon ein paar Tage vorbei, also weg, ne? Achso, Nachstädtik. Ja, die Brenner haben sie noch. Kein Name. Ich weiß ja nicht, wen ich jetzt schlimmer finde. Soll Grafschau, die komische Brianna oder die andere Nase da. Du meinst die Seraphina? Ne, die Tappe Clash. Hallo? Verpasst ihr gleich einer? Boah. Schön frech. An der Außenkamera ist kaputt. Recht ist mein zweiter Vorname, wusstest du das nicht? Und der erste und der dritte. Ach. Deaktiviert. Lecker bereit. Feuer. Oh ja. Boah, ist das gerade ein Clash? Oh, beides zu. Sehr gut. Oh ja, toll. Boah, ist bei Clash. Was soll jetzt noch zu? Sehr schön. Boah, links und rechts und nochmal links. Du bist von allen Seiten umzingelt gewesen. Von rechts hat noch jemand gefehlt. Es war ein Ungleichgewicht. Der Biogefahrgutbereicher muss jetzt lokalisiert werden. Nicht-Garage. Auch nicht-Käller. Auch nicht-Käller. Die haben Muppet-Eller. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter. Und gar herabschraubt. Mit Brianna haben sie auch wieder. Da war die Ella. Fünf Sekunden bis Einsatz. Fünf Sekunden bis Einsatz. Da liegt ein Bewegungsmaß, glaube ich. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Eine Außenkamera ist kaputt. Server ist nur Papa. Was, Server ist Papa? Auch Baustelle nur Papa. Da macht, glaube ich, gerade was mit der schweren Ladung. Auch ist die doof. Balkon nicht verströmt oder so. So, dann mach ich jetzt auf. Zeit fährt fürs Krach. Da ist das bei mir. Will ich zu dir kommen, Hawke? Nee. Was ist denn du? Bäh. Bäh. Ich suche mal die Gabschraube. Hab sie. Wechsel im Magazin. Bereit, bereit, räumat. Ich hab Ella. Weg. Ein Gegner verbleibt. Ella. Er ist im Klo hinten. Klo, okay. Eine Grischmott weniger. Was? Was? Das ist fies. Klo unterm Schild. Bin, glaube ich, ein Stück zur Fröhren. Der Grischmott-Effekt war noch da. Hier sind Showers. Lichter an. Lichter bereit. Den Biogefahrgutbehälter sichern. Gegner eliminiert. Gegen hatte Glück gehabt. Er hat sich genau bei einer Weißerbrühe gemerkt. Okay. Das war's. 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 drum. Das war's. 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 Fenster offen. Am Fenster war. Das war's. 1,1. Das war's. 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 Böses Auge ist bewegt. Wand gesichert! Wand verstärkt! Ja mach zu. Krieg nicht! Warum nicht? Wir haben keine Wand mehr. Ich krieg nicht! Aaaaaaah! Da ist die Luke noch gar nicht verstärkt. Wer hat denn hier die Wand zugemacht? Weiß ich nicht! Ich brauch hier noch was. Wir haben nichts mehr, weil da so ein Trottel die Wand zugemacht hat. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Es sind noch am besten da! Hier ist nicht so gut. Ammermann ist weg! Ammermann ist weg! Mal raus! das hat sich noch ein großes fenster kleines fenster ja ist ok ich hab's verstanden mehr Türe haben geballert als an mir abgekallt hat sich bloß die Terrasse hochgesört Terrasse im ersten Stock der Miet ist unten in der Lobby Türe ist jemand von der Wasserpfeife tot klingt wie ein Serviceeingang hin auf der Seite eigener Trupp Siegräucher alle Gegner eliminiert der Mieter 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 Boah, genau. Dankeschön. Wie man hier noch sieben Schadenspunkte bekommt. Boah, ey, hast du jetzt ein Dreieck? Du hast ja Wünsche. Kann er ja nicht. Er kann dich nicht erschießen. Kann ich schon. Nee. Du hast ein Dreieck. Zumindest nicht in diesem Match. Schießen kann ich trotzdem. Dann fällst du aber eher um. Die haben Raten. Oh, oh, die haben Flores. Oben geht die Pappwand auf. Die Außenwand. Aber Mann, ist der, glaube ich, sehr gründlich. Jetzt wollen die da gar nicht rein. Wo ist er, haben sie wieder? Boah, Flores vorm Küchenfenster. Bei Grönes Hölle. No, das war doch schon oben. Mann, ey. So eine Scheiß-Mechanik. Oster ist weg. Küchenfenster ist, glaube ich, was drin. Oder war das von oben? Aua. Drin, Küchenfenster. Ah, was. Das ist nett. Eine Matte ist noch da. Aufbau der Barrikade läuft. Hm, vorm Fenster hackt er. Jetzt muss er rumkommen. Sein Schild habe ich kaputt gemacht. Hat geclillt. Aber er hat noch sein zweites Schild. Fünftiger. Hey. Zehn Sekunden übrig. Also das zweite Schild hatte ich auch noch. Fünf Sekunden noch. Das Alter siegt vor Ablauf der Zeit. Hab ihn sogar getroffen, ey. Gegen Seraphina den ersten Platz. Gerade eben war ich noch ein letzter vor der Runde. Du warst vor dieser Runde erster. Ja, dann ist das halt so. Und ich ganz hinten. Und warum war ich zwischendurch ganz hinten? Weil dieser eine Blödmann... Oh. Ich hab's schon wieder. Ach, nur Blödmänner sagen Blödmann. Ich weiß, Chloe. Weil der mir vor die Flinte gelaufen ist. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. 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 Tschüss.